Aber wir freuen uns auf die WM. Danke, Sascha Rufer. Ja, jetzt suche ich hier die Kamera. Und bitte, eine Kamera 2 haben wir nicht, aber wir haben eine 1 und eine 3. Und ich wende mich an mein Publikum über die Kamera 1. Verzeihen Sie diese kurze, fussballbegeisterungsbedingte Verwirrung hier im Studio.